Herzlich willkommen zu einem neuen Video, um mal alle Krypto-Teilnehmer auf denselben Stand zu bringen. Wie es wirtschaftlich aussieht, wie es mit den News aussieht, ist dieses Video natürlich gedacht. Wir gucken uns deswegen an, was mit den CPI-Daten passiert ist, wie das auszuwerten ist, wie das natürlich auch mit dem gestrigen FED-Meeting im Verhältnis steht. Ist es bullisch, ist es nicht bullisch? Und wir gucken uns dann gleichzeitig auch an, in welchem Kontext das vermittelt wurde. Denn ich bin tatsächlich wirklich positiv überrascht von der Rede von FED-Power. Und auch wie er geantwortet hat. Und klar, in so einer Position, wo er gerade ist, ist es vollkommen normal, sehr, sehr politisch zu reden. Meiner Meinung nach, das ist auch gar nicht verwerflich, weil er hat einen unglaublichen Impact auf den Markt, auf die Erwartungshaltung und auch generell auf die Wirtschaft. Und deswegen muss man ja natürlich auch extrem aufpassen, was man sagt. Dennoch hat er in dieser Rede gestern recht gut klipp und klar gesagt, was abgeht, was wir zu erwarten haben. Und das gehen wir heute alles mal in diesem Video durch. Zudem gucken wir uns auch an, ob der Binance-Fad berechtigt ist, was da jetzt zu tun ist und generell ein paar Markt-Updates. Zeigt mir gerne den Support mit einem Like und dann würde ich auch schon mal sagen, wir starten mal sofort rein in die CPI-Daten nach dem Disclaimer. Gut, das Schöne an der Wirtschaft ist natürlich, dass man sofort sieht, anhand den Preisen, wie die Erwartungshaltung sich geändert hat. Und deswegen sehen wir natürlich, okay, der Bitcoin ist nicht sonderlich teurer, aber wir sind tatsächlich mal wieder etwas höher als vor sieben Tagen. Aber wie wir sehen, hier passiert dennoch nicht wirklich viel. Es gibt ein paar Kryptowährungen, die jetzt innerhalb der letzten sieben Tage etwas höher angestiegen sind im zweistelligen Bereich, aber dennoch nichts wirklich Besonderes. Deswegen kommen wir auch schon zu den CPI-Daten, die am 13. Dezember veröffentlicht wurden. Und die Erwartung war, die CPI bemisst natürlich die Inflation, ganz grob gesagt, den Verbraucherpreisindex. Und da war die Erwartungshaltung auf 7,3%. Wir haben diese Erwartung aber unterboten, kann man sagen, und sind 0,2 Prozentpunkte tiefer. Was uns faktisch in fünf weitere Monate nach dem extremen Hoch vom Juni weiter runtergebracht hat, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Denn wir haben mit 7,3% einen weiteren Inflationsrückgang prognostiziert, aber wir sind nochmal weiter runtergefallen. Das ist doch eigentlich bullisch. Und ja, das war natürlich anfangs bullisch, sehr schön zu sehen. Wie wir auch sehen, vom 12.12. sind wir hier von 17.000 recht schnell nach oben gestiegen, bis auf sogar 18.000 US-Dollar. Konnten den aber natürlich zum Meeting dann nicht wirklich weiter halten. Die Erwartungshaltung, die wir hier nämlich bekommen haben, und das ist unglaublich interessant, wurde nämlich komplett gedrückt. Aber sowas von. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, obwohl wir eine Basispunkterhöhung von 50 bekommen haben, was natürlich auch die meisten erwartet haben. Zwar nicht mehr so stark wie die letzten Monate, aber wir sind natürlich immer noch in einer Erhöhung. Normalerweise ist es ein eher bullisches Zeichen. Okay, das wurde natürlich auch von dem Markt so erwartet, aber die Erwartungshaltung, die damit gegeben wurde, war unglaublich. Und genau deswegen gehen wir da jetzt noch etwas genauer drauf ein. Denn er hat auch ganz klar gemacht, obwohl wir natürlich die Daten gesehen haben, und das auf den ersten Blick auch gar nicht mal schlecht aussieht, ja, fünf hintereinander fallende Monate von der Inflation her. Was sich nebengemerkt natürlich auch im vielen Greed-Index abspiegelt. Wir sind jetzt auf 31 von 100. Das heißt, die Angst am Markt ist natürlich noch da, aber auf gar keinen Fall. Bei weitem nicht so hoch, ja, wie wir es zum Beispiel im Juni waren. Oder auch in den letzten Monaten. Und Fed Powell sagte mitunter Folgendes. Die Inflation, der Kampf dagegen, ist noch nicht gewonnen. Wir müssen weitere Leitzinserhebung vornehmen. Und das ist meiner Meinung nach unglaublich klar gesprochen. Und das setzt natürlich auch den Kontext für 2023, ganz klar. Das heißt, es bleibt natürlich weiter bärisch. Zwar sagt Jerome Powell, dass wir nicht in einer Rezession sind, zumindest was die US angeht, aber das ist hier der Kernpunkt, den wir auf jeden Fall mitnehmen können. Und zwar meint er, es muss dem Arbeitsmarkt schaden. Die Arbeitslosigkeit muss in die Höhe getrieben werden, wenn man das jetzt so ausdrücken möchte. Denn der Schmerz, der mit einer wirklich hohen Inflation in Zusammenhang steht, das heißt, die negativen Folgen, wenn wir weiterhin die Inflation nicht bekämpfen können, sind deutlich, deutlich schmerzhafter als das, was uns jetzt bevorsteht, als das, was jetzt in den Arbeitsmärkten passieren wird. Das sind meiner Meinung nach unglaublich klare Worte. Und er sagt ebenfalls ja, dass alles in seiner Macht stehende dafür auch genutzt wird, um die Inflation auf die 2% wiederzubringen. Und er meinte natürlich auch, ja, es wird auf gar keinen Fall passieren, dass man sich auf ein anderes Inflationsziel einigt. Es sind die 2% angepeilt. Und wie erreicht man das? Ich denke mal, das haben wir jetzt hier ganz gut gesehen. Und da haben wir natürlich auch hier nochmal den Tweet, der das natürlich bestätigt. Das heißt, unsere Erwartungshaltung ist folgende. Auch wenn wir 50% Basispunkteanhöhung gesehen haben, ist es noch ein weiter Weg. Er meinte ebenfalls, es ist eigentlich nicht so wichtig, in welcher Höhe, in welcher Rate wir zu dem Ziel gelangen. Es ist nur wichtig, dass wir zu dem Ziel gelangen. Und deswegen kamen hier natürlich auch diese Vorsichtsmaßnahmen. Und das bedeutet, das war's mit Krypto 2022. Hier wird nicht mehr viel passieren. Viele sind tatsächlich auch von einer Winter Rallye ausgegangen, ja, das dann nochmal schön ordentlich ansteigt. Das kann tatsächlich auch noch passieren. Das ist auf gar keinen Fall zu weit vom Kontext her gesehen. Aber falls die ausfällt, wird die sehr, sehr wahrscheinlich nicht so stark ausfallen, wie wir es wohl möglich gerne hätten. Und wir werden auch sehr wahrscheinlich weiterhin auf solchen Niveaus bleiben. Das sehen wir tatsächlich eben im Kryptomarkt anhand des Bitcoin-Preises. Denn ich muss ehrlich sagen, ich sehe Bitcoin als wirkliche Unterschwelle bei 20.000 Euro, bei 20.000 US-Dollar. Ich kann tatsächlich immer noch nicht realisieren, obwohl ich ja den Bitcoin-Preis so gut wie jeden Tag sehe, kann ich das nicht realisieren, dass wir auch unter 20.000 US-Dollar sind. Und das ist natürlich nicht nur etwas weiter drunter, sondern jetzt tatsächlich schon recht deutlich. Was natürlich ein super Zeichen für uns ist, ich würde mal sagen, diejenigen, die hier im Bernmarkt weiter akkumulieren wollen, für die ist natürlich ein super optimales Zeichen, auch weiterhin langfristige Positionen nachzukaufen. Bitcoin Ethereum, ich denke mal, da muss ich nicht sonst viel dazu sagen. Und auch ich habe natürlich weitere Käufe hinterlegt und ich überlege jetzt natürlich auch weiter eine weitere Position in den Bitcoin beispielsweise zu hinterlegen. Somit hätten wir diese FED-Thematik abgehakt. Wir gehen ganz kurz auf die EZB ein, weil ich finde, das ist auch ganz interessant. Natürlich jetzt nicht für den Bitcoin-Preis, aber wir sehen natürlich auch die EZB erhöht, den Leitzins um 50 Basispunkte. Das heißt, der bisherige Satz von 2% hat natürlich durch die 50 Basispunkte Erhöhung weiteren 0,5% hinzugefügt. Und deswegen sind wir jetzt bei 2,5% Basispunkten. Auf jeden Fall ebenfalls ein wichtiger Schritt, damit die EZB hier auch mal etwas der FED aufholt. Denn die hat natürlich deutlich später angefangen. Was mich persönlich etwas stört, muss man sagen, ja. Ich denke mal, die Auswirkungen werden wir tatsächlich auch noch weiterhin spüren. Denn die Inflation, das Thema ist noch nicht vom Tisch. Das sehen wir natürlich auch. Auch eine ganz klare Erwartungshaltung von der EZB und auch eine ganz klare Erwartungshaltung von der FED. Und jetzt vom makroökonomischen Kosmos mal wieder etwas tiefer rein in den kryptointrinsischen Kosmos. Wir merken, Krypto wird immer und immer mehr zum Kindergarten aus irgendeinem Grund. Zumindest hier in diesem Bärenmarkt, ja. Die Börsen greifen sich untereinander an. Investoren werden auf einmal extrem panisch, ja. Und da geht natürlich jetzt auch momentan ein recht großer Binance-Fad rum. Ich denke mir, wir haben es alle gehört. Viele gehen auch davon aus, dass Binance irgendwo Dreck am Stecken hat. Dass der BNB-Coin viel zu aufgeblasen ist. Dass es eigentlich gar nicht sein kann, dass jeder einzelne Coin so wirklich recht stark im Minus ist. Gut abgestraft wurde, aber der Binance-Coin sich sehr gut gehalten hat. Und natürlich war der Fokus auch sehr, sehr stark auf FTX. Binance war hier der klare Gewinner. Und das hat natürlich ebenfalls auch für Aufruhr gesorgt. Und deswegen ging beispielsweise auch 3 Milliarden US-Dollar von Binance aus, von den Börsen raus. CZ ist natürlich auch sehr, sehr aktiv auf Twitter und hat natürlich auch sofort Stellung bezogen. Und wie es auch aussieht, ist die Liquidität auf Binance gegeben. Zumindest in dem Rahmen noch. Denn alle Transaktionen wurden sehr, sehr gut bewerkstelligt. Zwar haben die Ladezeiten etwas gedauert. Das habe ich selber auch gemerkt, wo ich meine Algorand-Token auf den Ledger bringen wollte. Ja, da kam manchmal keine E-Mail-Verifikation. Aber ansonsten war alles super. Ansonsten konnte man auf gar keinen Fall meckern. Und natürlich auch CZ seine Stellung Ignore Fart, Keep Building. Das heißt, fokussieren wir uns jetzt hier nicht auf Negatives, auf Panikmache. Sondern fokussieren wir uns wirklich auf die richtigen Werte. Und zwar der Wiederaufbauung von Krypto. Ob die Börse auch wirklich 100% der Reserven hat, das kann man natürlich nicht sagen. Aber so weit sieht das hier nicht sonderlich schlimm aus. Aber natürlich zieht sich diese FTX-Thematik auch immer noch weiter. Und das sehen wir eben. Die Bitcoin-Bestände in den Wallets erreichen einen neuen Höchststand. Und ist das Vertrauen in den Börsen womöglich verloren? Man muss sagen, ich denke mal, das Vertrauen ist nicht 100% verloren. Aber jeder geht auf einmal wirklich selbstsicherer mit seinen Kryptos um. Auch was die Selbstverwahrung angeht. Und das ist für mich ein Trend, der hätte so oder so kommen sollen. Und von daher natürlich halb so wild. Aber man muss wirklich sagen, das zieht den Kryptomarkt natürlich weiter nach unten. Und das sehen wir natürlich auch an dem Bitcoin-Preis, den wir momentan haben. An dem nicht mal 18.000 US-Dollar. Ansonsten war es das mit den News, die innerhalb der letzten Woche alle zusammengekommen sind. Ich hoffe, ich konnte dir mit einen guten Überblick geben. Schreib natürlich auch gerne die Kommentare, ob du denkst, ob wir noch eine Winter-Rallye bekommen werden oder nicht. Und falls wir die bekommen, wie hoch die ausfällt, da bin ich sehr gespannt drüber. Ja, dennoch als Schlussworte würde ich tatsächlich sagen, falls du noch keinen Ledger hast, ist es dennoch wirklich, wirklich wichtig. Egal auf welcher Börse du bist, ob es auf Kraken ist, ob es auf Binance ist, ob es auf Maxi ist. Lieber wirklich hier die Sicherheitsmaßnahmen ergreifen und die Kryptowährung wirklich eigen absichern. Wenn du noch keinen Ledger hast und dir überlegt hast, den zuzulegen, ich habe in dem Link natürlich auch einen Ledger-Affiliate-Link. Das heißt, somit gelangst du auf jeden Fall zur offiziellen und zur richtigen Seite und bist auf jeden Fall vor Scam geschützt. Unterstützt natürlich somit meinen Kanal. Und ich habe dir hier auch eine Playlist verlinkt, wo ich einige Kryptowährungen, wie beispielsweise VeChain, XRP, Algorand und so weiter, dir eins zu eins, Step by Step gezeigt habe, wie man die Kryptowährung ganz entspannt auf den Ledger bekommt. Denn ich weiß ganz genau, dass man da womöglich besonders auch am Anfang noch etwas Sorge hat und gar nicht weiß, wie sowas funktioniert. Deswegen habe ich das Rechtseinfache so einfach wie möglich erklärt, damit es wirklich jeder versteht. Gut, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns und womöglich auch im nächsten Video. Peace out.